Live-Radio. Unnützes Wissen der 90er Jahre. Der Live-Radio 90er Podcast. Mit Silli Riegler und Andi Hohenwarter. Hallihallo. Bevor wir losstarten, hätten wir heute für euch nur zwei aktuelle Fakten zu den 90ern. Klingt irgendwie auch cool, gell? Aber ist ganz frisch rausgekommen. Was tust du? Ich habe nur leichte Kopfhörer-Probleme gehabt. Jetzt höre ich dich. War sicher super, was du jetzt hört hast. Du hast einfach den Eingestecker gehabt. Am falschen Stecker. Okay, steckt jetzt alles richtig? Alles steckt richtig. Sehr gut, dann fangen wir an. Und zwar, ihr wisst ja momentan eigentlich das meistbesprochene Buch, seit der Bibel kommt dann fast vor, Prince Harry. Die Biografie. Reserve heißt es, glaube ich. Ja, das ist der englische Titel. Wenn du gerade probierst, rausfingen. Ich habe es schon wieder vergessen. Ich mag so royales Ding, ist mir so wurscht. Aber das ist schon spannend, was du diese Woche erzählt hast. Ah, dass er nämlich gelogen hat, gell? Er hat es gelogen in dem Buch. Das haben wir rausgefunden. Weil er gesagt hat, im Buch steht drinnen, er hat zu seinem 13. Geburtstag 1997 von seiner Tante Sarah eine Xbox geschenkt bekommen. Die wiederum noch die Diana vor ihrem Tod in Paris gekauft hat. Problem aber, der Beiß kann gar nicht stimmen. Weil die Xbox erst vier Jahre später in Amerika auf den Markt gekommen ist. Jetzt in Europa sogar erst 2002. Und dann war ja noch diese Geschichte aus dem Buch, wo fast alle österreichischen Medien diese Woche reingefallen sind. Wo es geheißen hat, dass Prince Harry sich in schweren Zeiten mit dem Burger-Dance von DJ Ötzi aus der Depression rausholt. Viele Zeitungen, viele Medien haben berichtet und war natürlich alles nur eine Internet-Ente. Ja. Aber es war lustig. Und wenn ich es sagen darf, auch du, Bruttus. Weil du bist ja zu mir gekommen vor zwei Tagen und hast gesagt, ja, der Burger, du hast mir das erzählt. Ja, ihr habt das gelesen. Natürlich glaube ich das. Ich bin ja naiv vor hoch zehn. Andi kommt zu mir jetzt und sagt, du, Prince Harry, stell dir vor, den Burger-Dance, den hat er immer angekocht. Und das Video hat ihn so runtergebracht. Ich habe mir dann das Video extra angeschaut und habe mir gedacht, das kann nicht sein. Und da habe ich mir schon gedacht, jetzt ist er von mir komplett durch, der Harry. Obwohl weniger schlimm, als die Familie zu verkaufen, muss man sagen, wäre der Burger-Dance. Wäre wahrscheinlich noch gescheiter gewesen. Okay. Hey, aber starten wir in die Top 3. Nein, du wolltest dir ja noch etwas. Du hast ja die absolut... Ah ja, das ist ja erst seit gestern in der Früh draußen. Nämlich habe ich da gelesen auf Instagram, meinem People-Magazin, dass der Channing Tatum, der Schauspieler... Es ist dieser Überschöne, oder? Magic Mike, wo du den Parmesan reiben kannst oder Muskatnuss auf seinem Bauch wahrscheinlich. Der hat sich die Rechte an Ghost gekauft. Den Hammer-Film aus dem Jahr 1990, haben wir da eh schon öfter gehabt, mit Patrick Swayze, Demi Moom, Whoopi Goldberg. Aber was du noch nicht erzählst, was wir damit, weil den Film gibt es ja schon. Er hat sich die Videocasette gekauft. Er hat sich natürlich die Rechte, er der Produktionsfirma, Channing Tatum, und hat sich die Rechte an dem Film gekauft. Und hat aber schon gesagt, er hat sich die Rechte gekauft, aber er wird den Film ganz anders produzieren. Also es wird ganz anders sein alles. Ich weiß auch gar nicht, wie ich das finden soll. Nein, ich finde es schon gut, weil wir haben ja auch an dieser Stelle schon mal drüber gesprochen, dass man sich den Film ja von der Story her super gut jederzeit anschauen kann. Aber diese Special Effects mit diesen furchtbaren Geistern, das geht wirklich gar nicht mehr. Und das nimmt dem ganzen Film dann diesen Zauber, den er eigentlich hätte. Und da finde ich ein Remake echt nicht schlecht. Das stimmt, da hast recht. Vor allem die schwarzen Geister, die so ab und boh, das hat ausgeschlossen, als hätte ich den Staniolpapier irgendwie eingeschnitzt. Und dann so, also wirklich, wirklich schlecht. Und die zeichnen auch nicht gut, oder zeichnen die sogar besser, als der die Special Effects gemacht hat. Aber voll schade, weil Patrick Swayze natürlich in der Rolle mit der Demi Moore, also das geht nicht besser. Wer weiß. Das hast du ja gar nicht gesehen. Sicher. Hast du? Sicher. Bist du, wirklich? Nein, den habe ich wirklich einmal gesehen. Okay, gut. Platz 3. Die meistverkaufte Barbie aller Zeiten ist 1992 produziert worden. Wir haben googeln müssen, weil wir auch wissen wollten, was das für eine Barbie ist. Die heißt Totally Hair Barbie und überraschenderweise hat sie Haare bis ganz runter zum Boden und ist bis heute die meistverkaufte Barbie-Puppe mit 10 Millionen Exemplaren. Wow. Würde mich interessieren, ob jemand zuhört, der die daheim hat. Schreibt es uns an podcast.live.radio.at. Soll ich es aber richtig sagen? Ja, ich glaube schon. Hattest du welche Barbie? Ich kenne ja nur die Pfirsichblüten Barbie. Wie? Achso, war das nicht die, die es deiner Schwester mal die Haare abgeschnitten hat? Ja. Einen Kopf aufgerissen, ja. Au. Also ich kenne nur die Pfirsichblüten Barbie und ansonsten kenne ich gar keine. Ich glaube, ich habe nur zwei Barbies gehabt. Ich habe damals extrem viele Master of the Universe gehabt. Ich war da ein bisschen schräg. Ach, da muss ich dir da auch noch was Neues, weil es gibt viele Fans, die wahrscheinlich He-Man geschaut haben oder She-Ra oder so. Und das kommt jetzt wieder ins Free-TV, also bei ProSieben Max heißt der Sender, glaube ich, oder? Ja. Genau. Da laufen diese Serien ab Februar wieder jeden Tag. Zeichentrick? Ja. Ja, also die Original-80er, 90er Dinge. Wow. Aber ich glaube, Real-Life-He-Man, der kann nie schön ausschauen, anders schon mit der Frisur. Den gibt es jetzt aber auf Netflix. Hat denn nicht der Dolph Lundgren mal gespielt, ganz früher, der Schauspieler, He-Man? Das weiß ich. Ich habe nur auf Netflix jetzt einmal sowas gesehen, wo es He-Man in echt gemacht haben. Das war wirklich... Schlimm. Ja, weil wie Hansi hinter sich hat nur aufgepumpt. Also ganz, ganz wild. Genau. Wie Hansi hinter sich auf Steroiden. Ja. Ja, Dolph Lundgren hat ihn gespielt im Film und du wirst überrascht sein, den Titel Masters of the Universe, 1987. Wie sind wir jetzt eigentlich dahin? Achso, du hattest da nur zwei Barbies und ansonsten eher Masters of the Universe. Ja, die waren viel cooler. Barbies habe ich nicht so gefeiert. Komisch. Ja. Wo sind wir jetzt? Platz zwei. Platz zwei. Axl Rose, der legendäre Bad Boy und Sänger der Rockband Guns N' Roses, der hat einmal einem Fan eine Ohrfeige gegeben. Bist du noch immer wegen Masters of the Universe jetzt so? Ja, schon. Okay. Also das war während einem Konzert in Chicago, wo der Fan gesagt hat, du. Du hast ein bisschen Ähnlichkeiten mit Bon Jovi. Das hat ihm leider nicht so getaugt und hat Axl tatsächlich gereicht, ihm eine Ohrfeige zu verpassen. Weil der gesagt hat, du schaust aus wie Bon Jovi. Es gibt Leute, die würden dich wahrscheinlich küssen, wenn du sagst, du schaust aus wie Bon Jovi. Das ist schon steil, oder? Und die waren jetzt auch nicht so, oder? Bon Jovi hatte ja damals auch noch lange Haare, also dass das jetzt sowas vom Typus ganz anders wäre und völlig... Ja, aber ich glaube wahrscheinlich in Axl Roses Augen kann ich mir schon vorstellen, dass der Bon Jovi, also der Commerz-Rocker war und er der Richtige. Der Coole. Wahrscheinlich. Also ich habe ja schon lange nicht mehr telefoniert mit ihm, aber ich kann mir vorstellen, dass das wird er sich wahrscheinlich gedacht haben. Wir sind wieder mal bei einer unserer Wohlfühl-Serien aus den 90ern. Ich habe da letztens wieder eine Folge gesehen und man schaut sich das an. Erstens ist es noch immer super witzig und zweitens ist es so Wohlfühl-Serie. Was schaust du? Hast du dich da WhatsApp gekriegt? Ja. War es leicht? Von wem denn? Mit seinem, soll ich jetzt sagen, mit einem Dalai-Lama-Lebenskonzept. Du hast da WhatsApp gekriegt mit einem Dalai-Lama-Lebenskonzept? Die drei Bereiche der mentalen Gesundheit sind durch uns beeinflussbar. Mindset, soziale Kontakte und Verhalten und die alle treffen sich in der Mitte und das ist dann Mental Health. Wow. Das hat dir jetzt der Dalai-Lama geschickt über WhatsApp, oder? Ja, während du mit Axl Rose da. Okay, gut. Spannend. Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Wo sind wir? Also heute bist du wirklich unkonzentrikt. Wir sind jetzt bei Platz 1. Wir sind eh gleich durch. Bitte gib mir nur zwei Minuten deiner Zeit. Okay. Wir haben jetzt Friends, zwei Friends. Und zwar geht es darum, dass das zentrale Pärchen der Serie sind Rachel und Ross. Also Jennifer Aniston und David Schwimmer. Wäre aber anders geplant gewesen. Nämlich mit Monica und Joey. Aber da haben selbst die Serienmacher dann einmal hingeschaut und haben gemerkt, okay, die Chemie ist vielleicht doch andersrum etwas magischer. Darum haben die Serienmacher dann noch einmal umdisponiert. Cool. Mhm. Nein, Monica und Joey finde ich nicht wirklich nicht. Obwohl wir haben schon einmal gehabt beim Unnötzen Wissen, dass jeder schon einmal mit jedem bei Friends. Mhm. Also auch. Grundsätzlich. Männer, Frauen, alle durcheinander. Mhm. Was eigentlich cool war für die Zeit. Heutzutage wäre das schon fast ein Muss für die Serie. Also auf Netflix ist das sogar viel zu wenig wahrscheinlich. Das stimmt. Da müssen sie es zweimal machen und dann nur mit dem Kopf. Ja. Dann ging es. Okay. Du, jetzt sind wir bei der Werbung. Super. Manziger Werbungsraten. Erkennst du diese Werbung? Ich spiele das ganz kurz an. Selbstverständlich. Ich glaube, heute ist es schwer. Ja. Wenn die erste Sonne meine Forscher aus ihrem Zelt lockt, gibt es viel zu entdecken. Oh, guck mal. Wenn die erste Sonne die Forscher aus dem Zelt. Also die haben, das sind so Fratzen, die im Garten geschlafen haben im Zelt und die dann ganz aufgeregt sind, weil die Mama herauskommt mit Keksenfrühstück. Ah, mit Kellogs, mit Kellogs. Mit Kellogs. Hörer. Mit Kellogs. Kornflicks. Kellogs. Smacks. Spannend. Nett. Also erstens würde ich mal Kinder sagen. Liebe Kinder, die im Garten geschlafen haben. Und du wirst überhaupt nicht recht. Wie hört es das jetzt an? Echt? Echt nicht. Wirst du wieder mal an Whitney Houston Kinotickets oder? Der läuft nicht mehr. Na. Wenn die erste Sonne meine Forscher aus ihrem Zelt lockt, gibt es viel zu entdecken. Oh, guck mal. Mal sehen, was das ist. Exotische Riesen-Kakadus. Exotische Riesen-Kakadus. Und die seltenste Blume der Welt. Aber wenn ich Toffee-Fee ins Spiel bringe, was glauben Sie, was dann passiert? Oh, prima. Dann kommen Sie sofort zurück nach Haus. Toffee-Fee, das ist die Haselnuss in Karamell mit Nougat-Creme und Schokolade. Was ist krass für dieser 31-Sekunden-Spot. Wie billig muss damals die Werbung gewesen sein, wenn du vorher 20 Sekunden lang über Blumen und Före und also über nichts redest, was irgendwie mit Schokolade... Ja, da hatten wir noch eine andere Aufmerksamkeitsspanne. Da musste man noch Geschichten erzählen in einem Werbespot, wo man jetzt überhaupt nach fünf Sekunden schon keiner mehr zuhört. Das kann sein. Generation Z, habe ich letztens gelesen, hat er... Wie heißt denn das? Aufmerksamkeitsspanne von fünf Sekunden. Also wenn du die in fünf Sekunden nicht catchst, dann die weg. Darum ist ja auch TikTok und alles so... Und unser Podcast so lang. Ja, schön. Ja, total. Hast du gewusst, dass bei diesen Toffee-Fees, dass diese in der Toffee-Fee-Verpackung, diese kleinen Hügel, die da in der Mitte sind, dass die dazu dienen, dass man die scheit rauskriegt? Ja. Weiß das jeder? Ich habe das nicht gewusst. Nein, aber ich glaube, solche Sachen weiß man wirklich seit Instagram und seit diesen Hacks. Ja, ich weiß mal das. Hast du gewusst, wenn die Verpackung leer ist und du füllst Wasser rein und du hast das ins Gefrierfach, dann ist es ein Eiswürfelmacher. Ja, schön. Hast du auch nicht gewusst, gell? Ui. Das muss ich gleich einem Dalai Lama schreiben. Unnützes Wissen der 90er-Jahre. Der Live-Radio 90er-Podcast. Oh, Mama Mia.